Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe in Forza Horizon 4 und es ist endlich soweit. Cops vs. Racer Safety VIP ist zurück. Ihr habt lange, 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 lange danach gesehnt, wann es denn da endlich wieder weitergeht. Wir haben ja intern viel, viel, viel Brainstorming betrieben und haben das auch nochmal ein bisschen durchgetestet, denn nach der ersten Ausgabe ist uns ja viel aufgefallen, was uns noch nicht so ganz gefallen hat, was aber ja dringend notwendig ist zu verbessern. So wird es jetzt nämlich sein, dass die Racer neue Rollen bekommen haben und auch bei den Cops könnte sich prinzipiell nochmal so ein bisschen was ändern, aber ich würde sagen, um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen, jetzt hier gleich am Anfang, wir wollen einfach direkt loslegen mit der Action beziehungsweise mit dem Format, die ganzen neuen Regeln werdet ihr einfach im Laufe dieser Folge kennenlernen, aber zuerst möchte ich natürlich auch Hallo sagen an Arkois, an Eragos, an FaZe, an FBI, an Florian, an Flyer Racing, Lobates, Matschel, Murmel, Superkaiser und First Racer. Grüß euch! Hallo! Moin, moin! Moin! Ja, und genau, ihr seht schon, die drei Racer aus meiner Sicht stehen schon bereit. Wir haben, glaube ich, auch eine Sicht bei den Cops in dieser ersten Runde, ähm, die ist auch in der Videobeschreibung normalerweise verlinkt, checkt die auf jeden Fall mal aus, ich werde aber später dann nochmal, wenn wir die zweite Runde spielen, natürlich auch zu den Cops gehen, damit ihr auch in dieser Ausgabe wieder beide Sichten kennenlernt. Ich schiebe mal meinen Racer-Kollegen, den Andi und den... You were moved. User was moved to your channel. Den Satz hätte er schon beendet. Das klingt jetzt bei mir super. User in your channel is recording. Das klingt jetzt bei mir super. Ich schiebe mal meinen und dann war ich weg. Ich schiebe mal meinen... Ja, also, wir in der ersten Runde, ähm, haben wir eben Andi Murmel und meiner Eins und ihr seht, wir haben drei sehr unterschiedliche Fahrzeuge und zwar gibt es eine neue Regelung, was die Racer betrifft. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen das nicht so, wie beim letzten Mal, dass jeder Racer drei verschiedene Fahrzeugtypen hat, sondern jeder Racer hat eine feste Klasse. Sprich, es gibt den Heavy, den fährt jetzt Andi, es gibt den Scout, das begleite ich diese Rolle, und es gibt den Angreifer, die Rolle begleitet der Murmel. Und jeder hat tatsächlich unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Rollen und auch unterschiedliche, ja, Regeln sozusagen. So ist es so, dass der Scout am Anfang relativ nah an die Kolonne ranfahren kann. Bis zu einem Kilometer darf er ran, sobald die Runde gestartet ist. Also darf sehr, sehr nah an diese Safe Zone ranfahren und ja, hat einfach die Aufgabe, relativ schnell den anderen Racern mitzuteilen oder Angreifern mitzuteilen, wo die Kolonne sich denn aufhält. In unserer Testrunde hat es in der Praxis absolut nicht geklappt, aber ich hoffe mal, dass es jetzt vielleicht klappt. Des Weiteren ist es so, eben der Heavy, der Andi fährt, der ist halt einfach schwer. Wir haben in der ersten Ausgabe gesehen, wie mächtig so ein schweres Fahrzeug sein kann. Und ja, gucken wir jetzt einfach mal. Also der muss halt Schaden machen, das ist klar. Und der Angreifer, also Murmel, der ist halt relativ schnell und flink und der hat halt die Aufgabe, ja, einfach auch viel Schaden an der Limo zu machen. Des Weiteren ist es auch so, dass wir unterschiedliche Leben haben, also Anzahl an Leben pro Stage. Wir spielen ja wieder auf drei Stages pro Runde, sprich, der Scout hat tatsächlich nur ein Leben. Also ich muss mich wirklich zurück- und zusammenreißen, mich nicht kaputt fahren zu lassen. Vorteil von mir ist, wie gesagt, ich darf näher an die Kolonne ran, am Anfang ran. Und ich darf Offroad fahren. Und das zu jeder Zeit, was meine Kollegen nicht dürfen, seien sie werden natürlich vom Weg abgetrennt. Das ist was anderes. Dann der Heavy, der hat nur zwei Leben, aber der ist heavy genug, als dass es ihm reicht. Und eben der Angreifer, der hat drei Leben, der kann volle Rotze die ganze Zeit draufhauen und ja, das Beste draus machen. Gut, das soweit zu den Regeln. Und wir haben gedacht, wir bringen in diesem Format auch ein bisschen die Taktikbesprechung mit rein. Das ist in der ersten Ausgabe ein bisschen außen vor geblieben. Deswegen ganz kurz, die erste Runde wird wie folgt sein. Die Kolonne wird von Bamberg Castle starten und ihr Ziel ist Edinburgh Castle. Und der Startpunkt von meinen beiden Kollegen ist genau hier, wo wir jetzt stehen. Ich allerdings darf ein bisschen näher ran. Und deswegen ist auch schon mal die gleiche Besprechung. Was denkt ihr? Wo fahren die lang oder wo sollten wir was abdecken? Ich denke mal, nachdem die in der Runde gerade halt außen rum gefahren sind und es absolut nicht geklappt hat. Machen Sie es jetzt nochmal. Entweder das oder halt gar nicht. Also ich würde halt vermuten, dass die entweder halt die nördliche Straße einfach langfahren, aber halt komplett im Norden. Ja. Und dann halt oben rum ans Castle ranfahren oder die fahren Richtung Autobahn. Ja, also ich glaube, sinnvollere Wege sind eigentlich, entweder sie nehmen den direkten Weg, da wo wir eigentlich schon stehen. Oder wie du sagst, sie fahren über die Autobahn, dann über den Kreisel und dann auch direkt rein. Das ist auch ein guter Weg. Oder halt sie fahren wirklich komplett über Norden. Ich glaube, das sind die drei Wege, die ja meistens sinnig sind. Ich meine, bei Norden könnten sie halt auch über Air Force Seed noch abbiegen. Aber ich würde einfach sagen, ich als Scout setze mich tatsächlich da so Richtung Lighthouse. Also im Abstand von diesen zwei Kilometer am Anfang. Und ich würde euch empfehlen, dass einer halt Richtung, da vorne gleich abbiegt Richtung Flugplatz runter. Also dass er quasi die Autobahnzufahrt hat und der andere bleibt hier auf der Straße. Und ja, so würde ich es jetzt am Anfang machen, glaube ich. Oder? Ja, dann morf ich, fahr du da runter. Dann port ich mich nämlich mal hier hin. Also hier nochmal auch gleich zu Hinweis, der Scout muss am Anfang zwei Kilometer Abstand haben. Sobald die Runde beginnt, darf ich auf ein Kilometer ranfahren vom Startpunkt aus. Und sobald die Limo gesichtet wurde, dieses schwarze lange Etwas, dieses hässliche Ding, dann gibt es auch keine Sperrzone mehr. Dann darf man da richtig nach ran. Das Weitere ist auch so, dass die Racer, also meine Nicht-, also die Nicht-Scouts sozusagen sind, meine Racer-Kollegen, die dürfen nicht näher als zwei Kilometer ran. Also für die bleibt dieser zwei Kilometer Abstand bis zur Sichtung natürlich der Limo. So. Dann wach mal denn, wenn die eine halbe Stunde da drin stehen bleiben. Donnerpause. Dann, äh, dann, äh, ist das Format sehr, sehr lange und sehr, sehr langweilig. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Du meinst so eine Hinhaltetaktik, so dass sie ungeduldig werden. Ja. So jetzt zwei Kilometer. Okay, wunderbar. Äh, wir sind ready. Deswegen gebe ich einfach den Leuten einfach mal das Startsignal. Und dann sehen wir ja gleich, ob die beginnen. Ansonsten mache ich jetzt einfach hier einen Cut und es geht dann los, sobald es einfach losgeht. Da kam gerade das Signal, dass es losgeht. Und ja, ich darf schon mal auf den Kilometer ran fahren. Das mache ich jetzt auch. Oh. Aber die fahren halt über den Süd. Aber das glaube ich nicht. Soll ich... Ah. Naja, könnten sie schon. Aber wenn sie das machen, dann hätten wir genug Zeit, um umdisziplinieren würde ich glauben. Oh, das soll ich auf der Straße Richtung VIP-Hütte vielleicht fahren. Nicht, dass die über den Westen fahren. Ui, da kommt schon, da kommt schon ein Cop. Mir entgegen. Also ein RS6 ist auf jeden Fall Richtung Lighthouse gerade gefahren, alleine. Oder sie können uns jetzt so eine Täuschungstaktik machen, wie es wir immer probiert haben. Der wollte vielleicht ein Spotter spotten einfach. Ja, ich denke auch, dass er spotten wollte. Wo ich stehe. Also ich bin jetzt auf den Kilometer ran, näher darf ich nicht. Ja. Bei 2.9 am Flugplatz, für Autobahn, an der Einfahrt. Du hast sie schon entdeckt, oder was? Nein, aber da stehe ich gerade. Ach so, ich dachte gerade so. Weil du es so total emotionslos gesagt hast. Ja, ja. Das ist mein Job. Ja, auch als Hinweis, der Scout, das ist bewusst kein Sportwagen, sondern ein Rallye-Fahrzeug, weil er halt eben auch Offroad fahren kann und soll. Deswegen, der ist quasi auf die Klasse der modernen Rallye-Fahrzeuge limitiert. Also ich hätte jetzt auch einen Mitsubishi nehmen können, aber will euch ja nicht überreizen mit Mitsubishis auf dem Kanal in den letzten Tagen. Also bei mir ist nichts. Ich glaube, die fahren wirklich südlich. Oder die warten wirklich ab, weil sie ungeduldig sind. Ja. Ich gehe mal ganz kurz auf die Karte. Ich muss gerade noch überlegen, wo könnten die noch lang gefahren sein? Ich würde mich jetzt halt Richtung VIP-Hütte vielleicht begeben. Ich habe eine Idee. Die könnten unten unter Fortune Island gibt es ja auch die Fahrt auf die südliche Autobahn-Auffahrt. Und dann könnten die da auch da lang gefahren sein. Dann stelle ich mich auf die Autobahnbrücke mal. Pass mal auf, nicht, dass die über Autobahn gefahren sind. Lass mal, ja, ja. Lass mal Richtung Autobahn fahren. Ich fahre mal schnell. Ich kann ja Offroad fahren. Ich bin direkt an der Autobahn eigentlich. Jaja, aber ich gucke einfach mal. Ich kann ja da mal schnell scouten. Das ist ja meine Aufgabe. Ja. Autobahn ist gerade nichts. Ich fahre zur 2 Millionen-Hütte mal. Oh, fuck. Jetzt habe ich so ein Scheiß-Ding mitgenommen. Ich Idiot. So ein Scheiß-Heuball. Der hat richtig geschehen gemacht. Ja, egal. Was man da vielleicht sagen muss, Ray darf sich gar nicht reparieren als Scout. Ja, ich darf mich gar nicht reparieren. Das ist... Aber der Scout ist halt auch sonst zu mächtig, was seine Regeln betrifft. Ich gucke jetzt gerade mal Autobahn. Also bei der... Bei deiner Auffahrt waren sie noch nicht, ne? Nein. Ja, und so schnell werden die da aber nicht sein, glaube ich. Route wird neu berechnet. Ich gucke gerade. Ich fahre jetzt gerade mal zur unteren Auffahrt. Da ist noch nichts. Es könnte jetzt natürlich sein, dass der eine Air 6 quasi geguckt hat, wo ich... Was ich mache. Und gewartet hat, bis ich ungeduldig werde. Also das wäre eine Megataktik. Und... Ich fahre dann an die andere Seite rüber, oder? Ne, 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 bleib mal. Ich fahre dann einfach wieder zurück. Wenn die jetzt hier nicht sind. Die fahren so einen Mega-Umweg, das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Also hier ist nichts. Ne, Autobahn ist nichts. Ne, da ist nichts. Also entweder sind die super, super einen Umweg gefahren. Bleib mal bei der Autobahnbrücke einfach. Ich fahre wieder zurück. Ich fahre mal zum nördlichen Kreisel. Weil ich könnte mir auch denken, dass die einfach komplett über den Westen fahren. Und dann oben wieder rein. Wenn du weißt, was ich meine. Wie schnell ich einfach Aero-Schaden kriege, weil ich diese Mauern die ganze Zeit mitnehme. Also hier ist wieder der eine RS-6 jetzt auf der Autobahnbrücke. Oh, fuck. Ich bin zu nah dran. Ja, der eine RS-6 ohne alles steht jetzt bei mir in der Autobahnbrücke. Ja, der scoutet. Aber vielleicht stehen die auch wirklich da noch am Anfang gucken, was wir machen. Warte mal, was ist da oben quer von mir vorbei gedüst? Ja, ich war es nicht. Es waren auf jeden Fall zwei Autos, bis zum Zuliger, die... Das wäre es jetzt, wenn die uns komplett aus dem Weg gehen und wir kriegen es nicht mit, ey. War ja ein richtiger Fail, ey. Ja, die fahren an der Landstraße an der Autobahn links entlang. Wette Kolonne fährt da am Pizzei. An der Autobahn links. Ja, die Landstraßen um die Autobahn rum. Da bei Fairlone Manor oder was? Ja, die fahren jetzt wieder unter der Autobahn durch, so wie es ausschaut. Ja, mit Limo und allem drum und dran. Wo, wo, wo genau? Äh, das ist die... Geh auf die Karte, darfst du auf die Karte gehen. Ja, ich bin genau mittendrin im Pulk von denen. Äh, genau da, wo das Haus zum Porten ist. Ja, das ist zwei Millionen Villa. Ja, okay. Ja, die zwei Millionen. Genau da sind sie jetzt. Okay, dann... Dann fahr ich aber, äh, kurz an einen anderen Weg, weil, bis ich da von hinten komme, bringt ja nichts. Ich hab mir R6 weggeschossen. Ja, guck da, dass du die Limo einfach am Arsch kriegst. Weil das ist die neue Regel, was die Reparatur der Cops anbetrifft. Die dürfen sich nämlich stellenweise reparieren, aber das erklär ich dann, wenn es soweit ist. Die Zuschauer, jetzt soll es erst mal Action geben, meine Damen und Herren. Außerdem habt ihr unsere schönen Tarnfarben schon gesehen, die sehen uns nämlich gar nicht. Wir haben extra uns im Herbst angepasst. Aber sie fahren zum Kreisverkehr, Richtung Kreisverkehr. Ja, jetzt fahren sie zum unteren Kreisverkehr. Zum mittleren, ja. Boah, ich hab meine Aerodynamik schon komplett am Arsch, das merkt man einfach. Ja, dann fahr ich jetzt aber Edinburgh rein oder Edinburgh rein und komm dann quasi denen entgegen. Und ganz ehrlich, da meine Scout-Aufgabe sowieso für den Arsch ist, werde ich mich jetzt einfach opfern. Die sind ja eh schon fast da. Ja, aber im Moment jetzt muss ich selber überlegen, dass ich da nicht falsch fahre. Sind die schon am Kreisverkehr? Jo, wir sind schon durch. Okay. Haben die vor der Limo ein Fahrzeug oder ist die Limo vorne alleine? Die Limo ist gerade vorne. Okay. Oh, ich hoffe, ich komme da noch rechtzeitig an, ey. Was hupen die? Ach man, ich leck zu viel. Oh, fuck, die sind gerade da durchgefahren. Fuck, ich komme doch nicht von vorne. Ich dachte, ich kann von vorne kommen. Alter, ist die Limo schnell, ey. Ich glaube, wir müssen eh abbrechen jetzt. Ich glaube, die sind schon, oder das sind schon 500 Meter, oder? Weiß ich nicht. Ja, die setzen sich gerade irgendwie selber. Ja, es sind schon 500, es sind schon 500 Meter. Echt? Ja, ich habe gerade die Route zum Ziel gesetzt. Na dann. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ist doch okay. Ja, macht euren Kopfkars noch weiter kaputt. Ja. Oh, Mann. Ja gut, das war jetzt die erste Stage. Wir sehen uns dann gleich zur Taktikbesprechung der zweiten Stage wieder. So, die erste Stage war nix. Aber die war auch etwas kürzer, muss man sagen. Und die haben uns, wir haben sie echt lange nicht gefunden, leider. Ja, nächste Stage oder nächste Route, die sie angehen müssen, ist von Edinburgh Castle zum Festival. Also deutlich längere Distanz diesmal, aber sie haben auch deutlich tausend mehr Wege, den Start zu betreiben. Sprich, ja, unser Ziel wird auf jeden Fall sein, sie relativ früh zu finden. Startposition für uns ist erstmal hier an dieser Kreuzung. Allerdings, wie gesagt, ich als Scout darf hier wieder ein bisschen näher starten und auch ein bisschen näher ranfahren. Ja, was machen wir? Oder, ja. Sie versuchen sich ja immer hinten rum rumzudrücken. Also, die haben unendlich viele Möglichkeiten. Die können überall raus, bis wir da sind. Ja. Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass ihr da auf keinen Fall verweilt, dass ihr quasi einer, vielleicht Murmel, weil er relativ fix ist, direkt zum mittleren Kreisverkehr fährt. Ja. Weil das sind ja auf jeden Fall zwei Kilometer im mittleren Kreisverkehr. Genau zwei eigentlich. Und, ja, die können halt echt überlang fahren. Das ist echt heftig. Ich glaube, wir müssen einfach fahren, 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 gucken, dass wir sie finden. Ich glaube, eine andere Wahl haben wir nicht. Ich glaube, was sie nicht machen, ich würde vielleicht versuchen, einen zum nördlichen schicken, einen mittig und einen. Ne, ich würde vielleicht versuchen, also, dass ich vielleicht zum Strand fahre. in die Richtung. Weil ich, das ist ja genau das, was ich denke, was sie nicht machen. Ich glaube nicht, dass sie komplett außenrum fahren, oder meinst du doch? Kann ich mir schon denken. Das ist halt die Goliath-Strecke, einfach im Prinzip und am Ende halt eine andere Abbiegung. Könne ich mir doch denken. Okay, ja, du willst da hin, also du willst quasi Richtung Goliath fahren. Ich würde Richtung Flughafen fahren und dann nach rechts abbiegen, weil dann habe ich auch viele Möglichkeiten, wo ich den Zweifel durch Zufall sehen kann. Ja, gut, komm mal drauf an, wie schnell du da halt dann bist, aber du kannst ja quasi hier über die Verbindungsstraße, über die Autobahnbrücke fahren, ne? Genau, ja, das meine ich. Ja, die Frage ist nur, wo ich mich hinstelle. Soll ich mich ganz nach Norden hinstellen? Hätte mir eigentlich sichttechnisch fast alles abgegeben. Ich weiß nicht, ich lasse mich gerade mal kurz was gucken. Ich port mich mal kurz, wenn man die, die Edinburgh-Dingsstraße ist da ganz unten so ein kleiner Kreisverkehr. Wenn ich mich da hin, ich port mich da mal kurz hin. Das ist gerade mal ganz kurz interessiert, wie weit das denn weg ist, weil das sehe ich ja bis hoch. Ob das, wie weit das tatsächlich ist. Das sind 1,4 Kilometer. Also wenn ich da relativ fix hinfahre, dann könnte ich sogar sehen, die vielleicht abbiegen. Könntest du machen, dann müsstest du bei Arthur's Seed irgendwo starten. Ja, ich starte da einfach ein bisschen weiter weg im Moment. Da, wo es sich dann aufsplittet. Also. Doch fix unten. Ja, ich fahre da unten hin. Wie gesagt, ich muss halt einfach superschnell Gas geben und dann da hinfahren. Dann könnte ich glaube ich echt schon mal entscheidend sehen, wo die langfahren. Maul, bei dir würde ich fast vorschlagen, wenn du da bist und du bist an der Minute und siehst die nicht, dann fahr Richtung Nordenkreisverkehr zur Seestraße. Das hat mich gerade mal Sand abgecrasht. Das ist so ein dummer Fiesta. Ja, es ist noch keine Fiesta hier. So. Ja, an die Zuschauer, ich hoffe, ihr findet es gut, dass wir auch die Taktikbesprechung ein bisschen mit drin haben. Ich finde, das gehört auch zu dem Format ein bisschen dazu. Klar ist es dann nicht nur Action, 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 aber die kommt ja jetzt. Gut, also ich glaube, wir sind ready. Wollen wir mal, es sind sogar mehr als nur. Das ist irgendwie verwirrend. Jetzt sind es 2,2 Kilometer. Jetzt ist es 1,9 Kilometer. Alter, das verarscht mich gerade. Es ist halt keine direkte Luftlinie, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, mit Luftlinie wärst du ja noch näher dran. Egal, ich mache trotzdem mal ready. Ja, klar. Das stimmt. Aber jetzt mache ich 4 Mal. Das ist egal. Das haben wir zu viel gedrückt. Komm jetzt, gib mir die 2 Kilometer. Bastard. Die scheiß Hut und Rechnung. Jetzt springt es um. Alles klar. Okay, wir sind ready. Ja, es gibt noch mal einen kurzen Cut und dann geht es los, sobald auch die Cops ready sind. Und da geht es los. Zweite Stage der ersten Runde beginnt und ja, ich muss mich jetzt sputen, dass ich die relativ schnell scouten kann. Go, Ray, go. Und am besten nicht jetzt irgendwo hier dagegen knallen. Bis so einen Kilometer darf ich ranfahren. Das habe ich gleich erreicht. Fuck, ich sehe nichts. Es ist super neblig da. Ich erkenne nichts. Ich erkenne nichts. Also ich sehe sie nicht auf dieser Straße gerade. Die sind da abgebogen. So schnell wie es geht da zum Kreisflug her zu kommen. Die sind da abgebogen. 100 pro. Also da direkt auf die Zone runter. Ja, und dann wird Mobile-Dier, denke ich, sehen. Ja, es ist ein, die fahren dann halt Flugplatz oder so. Ich versuche mal Richtung Flugplatz zu kommen. Am Flugplatz bin ich gleich. Glaube ich. Wir müssen kurz mal auf diese... Fuck, da kann ich gar nicht abbiegen, oder? Ah, doch da. Fuck, ich bin aber schon im Sperr... in der Sperrzone drin, wo ich eigentlich gar nicht rein darf. Schnell hier raus. Also ich fahre gerade Richtung Flugplatz. Mittleren Kreisverkehr ist nichts. Ich überschlag mich halt fast von allein. Aber die können ja so schnell eigentlich nur, wo lang können die kommen? Norden vielleicht. Ich fahre über Norden, wenn sie so fahren. Ja, wenn sie halt direkt da vorne links abgebogen haben. Ich glaube, so schnell kommen die da nicht hin. Die können halt, ja, über Norden. Die können halt in den nördlichen Kreisverkehr gefahren sein. Ich wollte mal zum nördlichen durchfahren. Also ich habe gerade geguckt bei der Autobahn. Nichts. Ja, pass mal auf, dann, äh, Andi, fahr du mal wirklich, wenn du beim Flugplatz bist, äh, Richtung Strand, wie du gesagt hast. Weil ich mir fast nicht vorstellen kann, wie sie da hingekommen sind. Ähm, Murmel, bleib du mal noch, ne, fahr du mal, wenn die jetzt im Mittleren nicht sind, fahr du mal zum nördlichen, dann fahre ich jetzt Richtung Mittleren. Ich bin auf Flugplatz und sehe nichts. Bei nächster Gelegenheit wenden. Können echt alles komplett über Norden fahren. Ja, ja, ich fahr da gerade hin, aber beziehungsweise du fährst da auch gerade hin. Ja. Aber der ist ja linzig gut durch, du. 300. So fähr, so sehr ich dieses neue Federungsmodell liebe bei den Trophy Trucks, aber gerade hilft es mir nicht. Hier sehe ich nichts. Ich fahr mal ganz kurz in der Stadt nochmal. Oh fuck, ich habe hier eine falsche Route gesetzt, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ein Kilometer dran bin oder nicht, aber ich glaube, das bin ich nicht. Hier ist nix, ey. So oben ist auch nix. Ey, das gibt es nicht. Wieso schaffen die immer uns so extrem zu umgehen? Das gibt es doch nicht. Das war jetzt aber, also gerade, das ist jetzt auch ein scheiß Gebiet für uns, muss man sagen. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, ey, so eine Riesenkolonne, die müsstest doch sehen. Ich fahr jetzt mal den Strand Richtung Norden, ne? Das bin ich. Wie, das bist du? Soll ich mal äh, ich habe gerade Murmeln entdeckt. Achso. Soll ich mal durchfahren zum See? Ähm, RS6, Strand, und jo, alle Strand, alle Strand. Okay, ey, die müssen ja dann am Anfang direkt links abgebogen sein. Dann müssen die aber echt schnell um die Ecke gekommen sein, okay. Also die fahren Goliath quasi. Ja. Okay. Nichts gesagt, Schau. Dann versuch mal, erst mal noch nix zu machen, weil wenn die jetzt alle auf dich losgehen, gewinnst du nix. Soll ich zum Autobahnkreis da runter oder in welche Richtung? Ja, fahr Autobahn runter. Einfach Autobahn komplett runter, dass wir, dass wir dann im südlichen, ähm, Ding hingehen. Der R6 hat halt wieder einfach auf mich drauf gehalten. Ja, okay. Müssen wir halt danach besprechen. Ja. Weil es gibt die Regelung an die Zuschauer, dass man... Abgefahren, abgefahren Richtung Dörfchen. Also vor der, äh, zwischen Strand und Burg. Quasi in das kleine Dorf rein. vor der Burg. Ich geb, ich drück der Limo grad mal ein bisschen rein. Also bei der Burg abgebogen quasi. Ja. Richtung Flugplatz sozusagen. Ja, quasi, ja. Ja, 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 komm ich. Warte, ich schaffe auf der Autobahnbrücke beim Flugplatz. Ja, da bin ich jetzt grad abgefahren. Ich fahr da jetzt einfach mal hin. Das, äh, weil ich scout dann für euch und dann könnt ihr nämlich angreifen. Ja, ich halte den mal ein bisschen auf. Ähm, links abgebogen. Also wir fahren jetzt wieder Richtung, also quasi parallel zur, zur Godiardroute. Ja, ich weiß, was du meinst, wo man auch zur Autobahn, zur südlichen Autobahnbrücke kommt, ne? Ja, ich sehe sie. Die Limo wird schon wieder von Karien geschoben. zur südlichen Autobahnbrücke. Also noch vor der, vor dem südlichen Kreisverkehr. Fahrt dort drauf. Gut. Oder ab, besser gesagt. Ja, ich brüge mich grad mit der Limo. Ja, das Problem ist, wir müssen vorne Schaden, müssen vorne Schaden setzen, sonst bringt das nichts. So, ich bin da. Ich hab ja, die sind jetzt gleich bei der Autobahnbrücke. Ja, dann muss ich hier schninken. Ja, ich glaube, die fahren über die Brücke, wenn ich es richtig sehe. Ja, die fahren über die Brücke. Total, die Limo getroffen. Nice. Genau, auf der Brücke. Ja, ja, ja. Geh mal da weg. Nein, lass mich hin um. Einer der Kenntesten ist das Pause-Menü gegangen. Hä, wo sind die innen? Ich weiß auch nicht, wo die Limo ist. Die sind abgebogen auf die Autobahn. Sicher? Sure. Ja, also bei mir sind die ganzen Cops noch. Hä? Wo ist der da? Ja, die wissen selber glaube ich nicht, die fahren alle in der Autobahn. Ja, ja, die wissen selber glaube ich nicht, wo sie sind. Ich fahr jetzt einfach mal dem einen Cayenne hinterher. Ja, die sind in der Autobahn, im Tunnel. Ah, ja, okay, ja, perfekt. Wie ist der da hingekommen? Ich glaube, der ist runtergeflogen oder so. Nee, geht eigentlich gar nicht, oder? Die Brücke ist doch stabil. Naja, egal. Irgendwie ist er da halt hingekommen. Aber ein bisschen Ärger. Lass mich mal nichts vorbei. Ja. Oh, fuck, da war ein paar Sand. Egal. Limo ist mir egal. So geil, der Heavy. Jetzt muss ich aufpassen, weil mir leckt die K.A. auf der Autobahn. Wie die Sau. Okay, die Limo ist irgendwie ganz woanders. Jo, bis zum Rechtslimit. Ich darf nicht so lange rumstehen, sonst setzen die mich fest. Jo, Cayenne, alles gut, ich mach dir doch gar nichts. Deinen Arsch kannst du mir fahren, das macht mir nichts. So geil, ey. Der Scout ist ja wirklich eigentlich nur zum Scouren da, also so die letzte Waffe, was ich mach, ist angreifen. Also auch an die Zuschauer, warum ihr euch fragt, weil ich ja nur ein Leben hab und relativ schnell noch am Arsch bin. Ich muss relativ viel Schaden schon haben. Okay. Ja, dann versuchen wir die jetzt festzusetzen, irgendwie. Ich nehm das mit euch allen auf. ich fahr mal weiter einfach. spiel Balling, Handy. Wow, kommen wieder mega viel Kops. er hackt es da, wo der Hauptmann ist. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ero, jetzt fahren wir zurück. Wir fahren wieder in den Tunnel rein. Was, die fahren wieder in den Tunnel rein? Ja, ich hab immer was umgedreht. Hä? Wollen die uns das jetzt verarschen, oder was? In dem Tunnel? Im Tunnel kriegt er doch nur Schaden, wenn wir ihn in den Gegendiebern drücken, oder? ach nee. Ja, wie sollte, ich hab da reingedreht. Ja, das Problem, ich will eigentlich nicht angreifen, ey, weil die sind noch so weit vom Festival weg. Oh, ich muss mal kurz auch die Rude zum Festival setzen. Die schießen sich gegenseitig ab. Ja, lass die, lass die, lass die, lass die einfach noch provozieren, ey, ganz ehrlich, die sollen jetzt ruhig Schaden fressen. Sind die jetzt wieder abgebogen, oder was? Ja, die fallen jetzt wieder in den Tunnel und wieder entgegen. Oh, wow, was für eine Taktik. Ey, so gut die erste Runde von denen war, so schlecht fahren sie jetzt die Runde. Ich reparier mich mal und komm durch den Tunnel wieder entgegen. Ja. Zum einen ist mein Wagen eh schon recht gut kaputt und zum anderen ist das die Taktik, die gerade funktioniert hat. Ich hab ein bisschen Angst, ich will jetzt gerade nicht gegen den Kopf hier ankämpfen. Ey, ich denk mal, die werden jetzt Ding durchfahren Richtung Broadway unten, weil alle anderen Routen machen ja keinen Sinn für die, oder? Wobei doch, sie könnten über südlicher Offroad-Park auffahren. Ja, können sie. So, jetzt mach ich noch mal ein bisschen Kollateralschaden bei der Polente. Das Lustige ist, wie ich die nervös mach, immer wenn ich in der Nähe bin, die versuchen immer so mich im Auge zu behalten. Ich könnte ja, ich könnte ja angreifen, ich tue sie aber nicht. Fahren sie Broadway, oder? Ja. Ja, okay. Ich fahr mal Offroad. Dreht wieder oben. Ja, ich seh's. Ja, Offroad fahren sie auf jeden Fall. Komm, jetzt muss ich auch mal einen Schlag machen hier. Einen der wenigen Schläge, die ich auch mal ausführen darf. Nee, nee, nee. Wo ist denn die scheiß Limo? Ich seh sie nicht mehr. Ah, da vorne. Auf der Straße wieder schieben. Ich versuch gegen den Baum. Jo, ist im Baum. Ja. Genau da. Ein und... Na, fuck. Oh, Alter. 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, fuck. Ja, fuck. Okay. Ist wie knapp 10 Sekunden. Im Übrigen an die Zuschauer müssen wir die Limo festsetzen. Dann, dann haben wir auch die Limo. Während die Cops uns nur 5 Sekunden festsetzen müssen. Brumm, 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 brumm. Was heißt das? Was sind die denn? Was heißt brumm, brumm, brumm? Weiß ich nicht. Eigentlich los, aber... Keine Ahnung. Ja, heißt das, dass er nicht mehr kann, oder? Doch, er fährt noch. Ja, also gut, dann. Äh, kannst das fahren, dass es ihr wollt. Halbwind, einen Schaden am Kopf machen. Ja, wir müssen ja echt gegen den Baum drücken. Also ich will jetzt nicht reinspringen. Ich sehe nur Lichter. Ihr setzt mich nicht fest, Leute. Die Cops haben aber auch alle gut gefressen. Die sind alle auch nicht mehr gerade so richtig. Ich habe 1% Fotoschild. Wo sind denn die? Der fährt mal mit dem Traktor im Kreis. Ich sehe dich, ich sehe den R6, ich sehe einen Cayenne, der mir einen Arsch fährt. Ich sehe die Limo nicht mehr. Ich finde, die Limo soll da irgendwie so gelbe Lichter haben. Offroad. Wir sind ein Stück zurück. Wir sind wieder Richtung Kreis gefahren irgendwie. Hä? Ich bin direkt beim Kreis, weil ich kein Bauernhof, genau da. Ich bin verwirrt. Hilf mir. Ich sehe nur ganz viele Cops auf dem Fleck, aber ich sehe keine Limo. Ich bin echt ein schlechter Scout, das darf man so mal sagen. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde mich... Ah, da ist sie. Ich sehe sie. Hier, die versuchen sie zu schieben. Die versuchen sie zu schieben. Felix. Ja, aber nicht Offroad schieben hier. Das Problem ist, es gibt nicht mehr so viele feste Bäume im Spiel. Das ist echt blöd. Die hätten wir fast gehabt, ey. Ich würde mich auch schnell zurücksetzen ins Broadway-Haus. Und dann würde ich mir schnell wiegen. Ich wiege nix. Scheiß Scout, wiegt nix. Kann ich den Kopf festsetzen? Die steht halt fast, aber... Na ja, ich bin dran, aber... Ich komme halt echt nicht mehr vom Fleck, ey. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Alter, ich glaube, da ist richtig Chaos gerade. Fuck, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So setzen die mich fest. Jetzt torpedo ich da gleich rein. Und zwar volle Kanne, du. Ja, die ist jetzt gerade auf der Broadway-Straße. Immer noch mega langsam, ohne Scheiße. Die ist so... Die hat, glaube ich, schon 90% Schaden oder so. Also so langsam wie die fährt. Also jetzt würde ich aufpassen, Ray. Die schießt die Broadway-Straße. Ich bin hinten dran. Ich mach nix gerade. Ich werde wieder von irgendwelchen M4s penetriert. Die meinen, sie müssen mich... Die Limo ist ganz vorne. Die muss ganz vorne. Ja, du hast mich getroffen. Ich hab ein RS6 und die Limo getroffen. Ich hab 60% Schaden, ey. Jetzt komm, wir müssen die irgendwo gegen den Fluss oder so werfen. Oder so. Da kommt die nicht mehr raus. Wir machen die jetzt Ding fest. Oh, sorry. Passt schon, hast gut. Alter, ich hab halt leider auch kaum noch Power. Komm, rüber, 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 rüber. Ah, fuck, man. Wir hätten die fast gehabt. Zwei Sekunden noch hätten gefehlt. Ja, ich bin richtig am Arsch, ey. Dann schiebe ich halt den M4 in die Limo rein. Oh, ich hab sie echt unten. Sie ist unten, perfekt. Nein, sie kommt drauf. Sie kommt echt drauf. Scheiße, ich hab gedacht, sie schafft es nicht. Haben sie raufgeschoben? Das sind so viele Cops, ey. Komm weg da. Ah, da hat sie beim Südgereich. Ja, ich muss einfach mal eine Offroad-Fähigkeit mal ein bisschen nutzen, glaube ich. Um einfach mal Offroad ein bisschen an der ganzen Kolonne vorbeizuheizen. Jetzt wird der R6 schieben, nein. Einmal. Jetzt ist die Limo Offroad geschossen. Hä? Kann man die Limo Offroad fahren? Gar nicht, ich darf die Offroad fahren. Er ist aber gerade. Na gut, wenn ihr halt geschoben werdet, kann ich aber wahrscheinlich nicht mehr loslegen, ne? Schlafliegen. Hör ich? Hör ich? Jop. Sie ist schon. Ach, wir sind's fahrern, sonst ist die Belanderung. Ah, ich versuch die Cops ein bisschen wegzuhalten. Haa! Ich hab gedacht, ich schaff's vor, um mich fortzusetzen. Ey, irgendwo soll jetzt massiver Baum sein, wo die Ball dagegen knallen, ey. Der Fahler knallt nicht dagegen. Weil Kajen knallt auch dagegen. Oh, den mach ich jetzt halt so lange, wie er ist. Der im Vier auch. Der R6 hat noch, glaub ich, mehr als genug Power. Ja, der R6 hat noch richtig viel Power. Der schiebt mich grad weg, mir will ich nix mehr. Also die ganzen Cayennes, die schleichen jetzt vor sich hin. Ich glaub, das sind uns so ziemlich doof. Ja, Cayennes sind ziemlich am Arsch. Fuck. Mein Rückwärtsgang geht besser als mein Vorwärtsgang. Dabei fahr ich gar keinen Franzosen. Also, der kommt ja fast nicht mehr auf den Fleck, ey. Irgendwann mal gegen den Baum. Eins, zwei, drei. Fuck. Ja, das schaff ich fast nicht. So viel Kopf sich schieben. Ja, ich häng mich hinten dran. Ah, da fehlt einer immer. Das ist echt grad so, das ist so richtig so, wie wenn zwei sich schlagen und eigentlich beide schon komplett K.O. sind. Eins, zwei. Na, ich hab's ganz vergessen. Ah, pfff. Die drücken die Limo grad weg. Ich mein' ich mein' sehr schlau, aber... Aua. Warum ist jetzt der im Vierpausenmenü? Nicht. Der muss einfach mal schön gegen den Baum penetriert werden, aber ich glaub das schafft. Da vorne ist ein Baum. Kriegen wir den da hin? Komm, komm, komm! Das ist so lustig, ey. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schön. Ah, das klappt nicht sogar. Ja, so richtig festsetzen ist es nicht. Aber ich bin gleich festgesetzt, wenn ich hier nicht wegkomme. Ja, okay. Ich bin festgesetzt. Fuck. Eins. Naja. Wir müssen einer davor, einer dahinter, aber das Problem ist, die können mich halt so leicht wegdrücken. Einer davor? Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Naja, du hast ihn. Ich hab' ihn aber raus. Geil! Klasse, Andy. Woo! Was für ne Runde, ey. Boah. Geh' mal hoch zu denen. Gehen wir weg, gibt doch da. So. Weil ich 99,5% fucking Voterschaden hab. Und unsere Herbsttarnung einfach sowas von mega berauschend ist. Ah, jetzt kommt der RS6 und schiebt mich an. Lol. Also, ich hab' gerade die ganze Zeit hinter den. Äh, es war alles gut, bis die Entwickler sich dazu entschieden haben, das Scheißfestival auf dem Berg zu platzieren, weil ich komm' da eigenständig nicht mehr hoch. Ja. Ja. Ich hab' auch im R600% Voterschaden. Aber ihr habt unsere Route voll geblickt. Das ging diesmal schneller. Ganz ehrlich. Am Strand entlang fahren, das war schon ein bisschen zu risky. Ja. Das hab' ich mir von Anfang an gedacht eigentlich. Das hab' ich aber auch gesagt. Wenn ihr am Strand lang fährt und wir entdecken euch früh, ist es mega schwierig für euch. Entdecken wir uns nicht, ist es genial. Aber wir sind weit gekommen. Ja, das stimmt. Aber, ja. Ja gut, so gut wie die erste Runde lief, so blöder war dann halt die zweite Runde. Aber so ist es. Ja gut, dann ist es jetzt halt fertig in der zweiten Stage. Wir sind aber nicht angekommen. Äh, Andi hat durch zehn Sekunden festgesetzt. Wir sind gerade auf dem Weg. Andi hat durch zehn Sekunden festgesetzt, so weit ich weiß. Ja, das stimmt schon. So weit ich weiß. Ich hab' nicht mitgezählt, aber ich hab' jetzt einfach aufgehört, weil es hat keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Ja, wir haben dich einmal da an dem Baum, das waren's acht Sekunden. Und dann bist du nochmal weggedrückt worden oder weggefahren. Ich weiß noch, ich bin einmal mit Murmel, bin ich dreimal um den Traktor rundum, weil einfach nicht wegfahren wollte. Ja. Das war sogar die Taktik. Ja, man müsste vielleicht auch überlegen, tatsächlich auch an die Zuschauer, ob man halt sagt, okay, sobald halt 90 Prozent erreicht sind, ist dann Schluss. Weil sonst ist es halt wirklich hier so ein Rumgedrücke und Rumgekrebser. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schön ist. Ich hab' schon gesagt, es ist wie wenn zwei sich ja eine Schlägerei machen und eigentlich beide schon stehend K.O. sind. Äh, ist es ja auch kein schöner Kampf mehr. Ähm. Ja. Dass man halt überlegt halt bei 90 oder 95 Prozent ist halt dann Schluss, dann ist halt verloren sozusagen. Die Cayenne hat am Ende auch nur noch die Aufgabe, den... Also das Problem in der zweiten Runde war eigentlich, dass mich meine eigenen Leute zerschossen haben. Ja, das Problem war halt auch irgendwie... Max hat mal ganz, ganz okay eine mitgegeben. Das hat mich nicht mal gekillt. Das Problem war, wir sind da zwei Cayennes rein, die haben mich über den Begrenzer gedreht. Mhm. Okay. Bei über 40 Prozent drauf gehauen. Ja, scheiße. Ja, ich hab' auch zwischendurch immer wieder dann, wenn ein paar Kops an mir hing, hab' ich versucht, die in dich reinzuschieben. Ja, aber das Coole war ja, Andi, du hast bei mir gar nichts ausgerichtet. Was? Also wenn du in mich rein bist, das hat mir null getan in die Seite. Was mir das Genick gebrochen hat, war wirklich diese geile Kantenglättung, wenn du für einen Tunnel rausfährst und an der Wand entlang schleifst. Da war nämlich eine Kante, weil irgendwas unsauber war und ich bin hängen geblieben. Also Memo und alle zukünftigen VIP-Limo-Fahrer nicht durch den Tunnel fahren. Ja, wirklich. Ja, Max auch einmal im Tunnel festgesetzt und auf einmal hat er einen Boost entwickelt und ist nach vorne geschossen. Yo. Ja, einmal habt ihr uns alle drei weggeschoben, als wären wir Papier. Also da hab' ich dann auch was geschrieben. Und das hab' ich auf Aufnahme, das ist echt krass gewesen. Im Tunnel hab' ich mich vor die Limo gesetzt und dann ist die Limo durchsichtig geworden und ein Cayenne ist mir voll hinten drauf. Nein! Ja, ab und zu sind ein paar ins Pausenmenü gegangen. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Ja, ich hab' den Bayer beispielsweise die ersten zwei Minuten nicht gesehen. Ja, aber wie gesagt, was uns eigentlich das Genick gebrochen hat, war der Scheiß-Tunnel, da die Reling, dass die irgendwie auf einmal eine Kante hatte, so wie in Horizon 3 ein paar tolle Zäune. Okay. Ja gut, also die zweite Runde ging jetzt ziemlich, ziemlich lange und die Aufnahme geht auch schon ziemlich lange. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem eine zweite Runde machen. Die versuchen wir ein bisschen schneller durchzuziehen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht so viel erklären. Ähm, dann bin ich jetzt auf der Cop-Seite und dann kurzer Cut für euch und dann gibt's nochmal den nächsten Versuch. Also, The Gables ist halt recht kritisch, gibt halt nur drei Hauptzufahrtsstraßen, bei drei Racern wird eng. Drei Haupt- und Zufahrtsstraßen? Aha. Ja. Süden-Mitte-Oben. Oben wäre Sepentin, Mitte wäre Festival, unten wäre Goliath. Oh Gott, wie Süden-Mitte-Oben, hä? Drei Zufahrtsstraßen. Wenn wir von hier jetzt zu The Gables fahren würden, dann hätten wir Goliath, Festival oder Sepentin, um dahin zu laufen. Glaub mir, ich fände ein paar mehr. Ja, also dann machen wir jetzt halt Gables und dann passt das. Gables. Das ist jetzt halt mal ein bisschen kürzer. Ich glaube schon, okay. Oh. Willkommen zur zweiten Runde zum Briefing der ersten Stage. Jetzt auf der Seite der Cops. Unsere Limo, unser VIP, der Arkois. Eigentlich wollte ich auch VIP sein, aber alle haben sich dagegen geäußert. Nee, Arakos hat gesagt, ich soll's nicht machen, so rum war's. Ist auch egal. Andi ist VIP. Er hat schlussendlich das Sagen und wird auch die Kolonne befehlen. Deswegen, Ali, was ist dein Vorschlag? Mein Vorschlag? Also erstmal, wir fahren nach Goebbels. Nach Goebbels. Nach Goebbels, ja. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, mein Plan wäre, dass wir erstmal der Route nach aus der Stadt rausfahren, dann nach links abbiegen. Bei den Serpentinen, oder wie? Die Serpentinen ist, glaube ich, eine schlechte Idee, weil bis ich da oben bin, sind drei Stunden vorbei. Sondern halt eins weiter und dann über die linke Stauseestraße runter. Okay. 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 Wer meinen Gedanken kann. Ja. Also im Prinzip gibt's für mich eigentlich nur zwei Taktiken, die, glaube ich, sinnvoll sind. Ähm. Entweder man macht den direkten Weg oder den, den quasi Goliath rückwärts da unten lang und zieht einfach voll durch, so schnell wie es geht. Dass wir halt relativ schnell da sind. Oder was du halt gesagt hast. Ja. Also entweder eine schnelle Taktik oder halt ein bisschen außenrum fahren. Du entscheidest. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also durchs Festival bin ich gegen, weil dann fahren wir den Frontal entgegen. Da... Genau. Die starten hier. Ich markiere das gerade mal hier. Ja. Das stimmt. Ja gut, vom Festival sind sie halt relativ schnell auch auf der südlichen Goliath-Strecke, ne? Und... Ja. Und in Zweifel stellt sich halt einer an die Serpentine, aber der darf... Also wenn ich das jetzt von der Distanz richtig einschätze, darf der ja nicht links rausfahren so weit, dass er uns eine Gefahr wird. Sofern es nicht der Scout ist. Wie war es, Boba? Naja, wenn einer von denen jetzt links rausfährt, ähm, dann kommt der, denke ich, in die zwei Kilometer rein. Achso, ja, ja, ja. Ja gut, sobald sie halt die Limo sehen, ist die halt aufgehoben, diese Geschichte. Naja, ist auch egal. Ja, wir fahren einfach deine Route und gut ist und, äh, ziehen das jetzt einfach durch. Und dann würde ich sagen, dann starten wir die zweite Runde. Du musst noch... Also die müssen noch ready machen, ne? Ja. Haben die schon ready gemacht? Hast jemand gesehen? Brauche ich nicht. Ja, okay. Dann müssen wir warten. Gut, dann gibt's nochmal kurz einen Cut, bis die zweite Runde startet und, ähm, beziehungsweise die erste Stage der zweiten Runde mit Kloisch. Und damit starten wir jetzt auch die Runde... Rechts abbiegen. Oh, keiner weiß, wo's lang geht. Ich hab mir die Runde gesetzt. Deswegen fahr ich jetzt einfach mal vor. 200 Metern rechts abbiegen. Ja, der Scout könnte jetzt natürlich ein Arsch werden. Rechts abbiegen. Ja. Doofe Rolle. Mich dagegen, die machen wir weg. Aber nur, wenn wir Racer sind. Äh, wenn wir Cops sind, meinst du, machen wir sie weg, ja. Äh, Racer, ein bisschen lausamer. Ja, ihr fahrt ein bisschen schnell. Wollt grad sagen. Tschüss. Gib halt mal Gas, ey. Bisschen noch für ein Limofar. Ich konnte leider nicht einen C-28-Motorreport. Ja, aber in dem Moment können die ja noch gar nicht, äh, groß was machen. Ich denk mal. Ja. Ich kann sonst noch anschieben. Da kommt was runtergeschossen. Wer hätte es gedacht. Oh nein. Ja, von da rechts. Bisschen R8 oder so. Wow. Ich bin auch voll in den Träger geballert. Ja, weil niemand erwartet hat, dass der nach der Blitz dazu, ne. Eigentlich könnten wir den jetzt einfach festsetzen. So langsam wie der jetzt grad rumchillt. Ja gut, ne, wir lassen wir ja nochmal. Wo ist denn meine Fortanheit? Ja, ich komm wieder. Ich hab, ich wollte nur den R8 bisschen begutachten. Ich komm gleich wieder. Okay. Weil ich war mir nicht sicher, was der vorhat, ob der jetzt mit Speed kommt oder nicht. Ja, ich bin schon vorne. Ja. Ich bin zufällig hinter dem R8 und er kommt jetzt noch. Ne, er bleibt, er bleibt defensiv, glaub ich. Mastel, machst du den ganzen Tag weg. Loll. Richtig schön weggenommen. Richtig nice. Ey, versuch den festzusetzen. Wow. 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 Warte, wir versuchen den R8 zu kriegen. Ja, ihr beide nach vorne bist hoffentlich jetzt gleich rechts abbiegen. Die nächste Straße. Jo. Ich bleib mal hinten jetzt. Ich block den R8. Ja. Ja, du hast ja zwei vor dir. Ja, der ist langsam. Dass du ein bisschen Fuffer nach hinten hast. Ja, der ist langsam. Der ist ganz langsam. Boah, Vorsicht, Leute. Ihr seid Helden? Ja, ist richtig. Pixelhelden, ja. Du gehst. Ach, der kommt wieder von hinten angefahren. Ey, diese Limo, die soll langsam, ey. Hörst du meinen Aufkleber schon gesehen? Ja, da steht irgendwas, hab ich eins nicht lesen. Merkel an Bord. Ja, deswegen kann ich auch nicht so schnell. Ray fährst du gerade hinter der Limo? Der wird sehr schnell schlecht, die ist eh krank. Ich fahr hinter der Limo, ja. Soll ich da nach vorne? Warte, wir fahren gerade aus, dem er achtet er, wir lenken ihn ab. Der denkt, der ist gerade ausgefahren. Ja, wenn du magst, kannst du auch vorhin fahren. Ich bleib jetzt als Puffer mal lieber hinter ihm. Wobei der andere Cayenne ist da, ne? Achso. Ja, gut. Ja, nur fahr vorbei. Ja, ja. Dann bleib ich als Puffer hinten dran. Der ist gerade voll drinnen gefahren. Marshall, geh mal links rüber. Ich meine, mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, also ich hätte jetzt auch Andi die ganze Zeit schieben können, aber ich finde das Schieben ist eigentlich ein unfairer Vorteil irgendwo. Das macht auch aktuell noch wenig Sinn, wenn wir keinen haben. Ja, nee, klar. Da drückst du mir nur Schadenleidig. Ja, aber im Zweifel hätte ich da eine Kurve nicht gekriegt und wäre ein Baum geschossen. Okay, der achtet gewendet. Klar, aber trotzdem, ich fände es auch so, glaube ich, unfair. Deswegen einfach nur so als Gedankengespinst so mal in den Raum gestellt, ob man halt das nicht verbieten sollte. Jetzt sind fünf vor mir. Dass man halt die Limo schon mal so Starthilfe geben kann, aber jetzt halt nicht so permanent irgendwo hinschieben. Okay, der achtet gewendet. Ich glaube, der hat den Braten ja mittlerweile mal gerochen. Aber ich glaube nicht, dass er weiß, wo die Limo abgebogen ist. Der fährt hier ziemlich ziellos rum. Nee, der achtet ziemlich gut weggecrashed worden. Ja. Da war Audi-Liebe ganz stark, glaube ich, da der R6 sagt, nö, ich bin der Platz hier, nicht der A. Jetzt aber auch der Scout direkt. Warte mal, den schnappe ich mir. Den schnappe ich mir mit dem M6. Wenn wir ein bisschen mehr Gas geben könnten. Ach schon. Der fliegt so wie der R8. Der R8 ist immer noch sauschnell. Der, ähm, ja. Ja. Boah, es ist kurz geleckt bei mir, Andi. Boah, zum Glück bin ich ein paar Sätze zu dir gestanden. Aber ich glaube, bei solchen Lacks passiert normalerweise nichts. Nö, eher dir als mir, weil bei mir war die Kollision dann ja nicht abgepackt. Ja, korrekt, korrekt. Gut, auch scheiße. Aber ich glaube, hier ist wichtiger, dass ich keinen Schaden kriege als die Limo. Ja. Die sind gerade recht auseinandergezogen. Das heißt, wenn die durchkommen sollten, dann... Ja, jetzt hinten wer, weil vorne ist. Also wir sind auf 1,3 Kilometer. Von jedem Kompass, von jedem Kompass. Aufpassen, Jungs. Jo, ich geb Gas. Also ich bin komplett weg von der Gruppe. Ich fahr auch gefühlt. Nicht jetzt alle nach hinten, Leute. Irgendjemand muss schon noch vor der Limo bleiben, sonst hat die Limo keinen Puffer nach vorne mehr. Ja, aber warte, wir sind jetzt hier gleich auf 500 Meter. Ja, gut, wir sind eh zu nahm. Ja, gut, wir sind eh bei 500 Meter. 600. Jo, 500. Ja, jetzt hier. Ja, 400 sind wir jetzt, also. Okay, also Mission accomplished. Andi's Taktik hat funktioniert. So. Nur drei Zufahrten. Seh ich aber anders. Ja, du hast noch null Prozent, oder? Ich hab nichts. Außer Reifen. Außer Reifen, alles klar. Ja, wunderbar. Dann ist die erste Stage abgeschlossen und dann sehen wir uns in der, ja, zweiten Stage, der zweiten Runde oder beziehungsweise im Briefing wieder. So, Stage 2, Briefing, nächstes Ziel von Dick Gables. User in your channel is recording. Nee, Gables, das kannst du nicht sagen. Das geht nicht. Ray, kannst du mir kurz Lieder geben? Was? Die wissen nicht, wo sie sich hinstellen sollen. Hä? Ich hab doch grad die Route markiert. Ich markiere nochmal eine Gruppenroute dahin. Sie haben's nicht kapiert. Ich mach eine Gruppenroute dahin. Ja. Passt. So. Gut. User left your channel. Ähm, die Racer wusste nicht, wo ihr Startpunkt ist. Das ist hier. So, egal. Auf jeden Fall, ähm, genau. Wir müssen nach Fairlaw Manor, also ein bisschen weitere Distanz diesmal. Äh, bevor wir uns aber um die Route kümmern, gibt's ja eben diese Reparaturregelung. Wenn die Limo zwischen 0% bis 20% Motorschaden hat, gibt's 15 Reparaturpunkte. So nennen wir das mal. Für einen Cayenne brauchen wir drei Punkte, um den vollständig zu reparieren. Für einen R6 II und für einen M41. Alter, bitte. Und, ähm, ja, ihr solltet vielleicht euch jetzt nicht gegenseitig kaputt fahren, bevor es losgeht. Ja. Deswegen ist jetzt die Frage, wie viel Schaden habt ihr denn eigentlich? Also ich hab, ja, eigentlich keinen richtigen Schaden. Wir müssen das mal bei den Cayennes durchfragen. Ja. Also ich hab 0% Motor und ein bisschen Karosserie und so. Also nicht der Rede wert. Tja, also dich reparieren wir nicht. Schau. Ja, Karosserie nicht. Echt. Fragen wir doch einfach so, hat irgendjemand, äh, 40% oder mehr Schaden? Äh, ja. Karosserie oder Motor? Motor, Motor. Motor halt. Und Getriebe und sowas. Wovat fährst du? Äh, ich hab einen Stein geküsst mit einem R6. Auf der Landstraße. Das, ja. R6, okay. Ja, den brauchen wir schon, okay. Also, den würd ich sagen reparieren wir. Wobei ich erstmal den Cayennes gefragt hab eigentlich, aber... Ja, vor allem auch einfach, wer viel Schaden hat, weil ich glaub so viele haben nicht Schaden gefressen. Ja, also über 40 war jetzt so Flo. Ja. 43,7. Okay. Okay. Was ist mit, ähm, dem einen Cayenne, der neben mir steht? Der weiß jetzt zwar nicht, dass ich das bin, aber... Ja, doch, doch, doch. Ähm, 40 Karosserie an den Seitenschwellern 85, Motor 5 und Lenkung 10. Ja, gut, das brauchst du aber eigentlich auch nicht reparieren. Die sparen wir. Die sparen wir auf. Er kann nämlich die Reparaturpunkte für die nächste Stage sparen. Ich würd auch sagen, wir sparen das. Dann machen wir nur den R6. Dann sind's zwei Punkte weniger. Heißt, wir haben noch 13 Punkte übrig. Und jetzt kommen wir natürlich zur eigentlichen Besprechung. Ähm, Andi, hast du schon ne Idee? Ich hab was Krasses. Aber ich weiß, es kann entweder komplett funktionieren oder in die Hose gehen. Und zwar einfach über die Autobahn hochschießen. Das hätt ich aber auch vorgeschlagen. Das Problem ist, wo fahren wir ab? Fahren wir an der Mitte ab? Beim Flugplatz und dann links? Und dann einen Schleichweg nehmen? Oder willst du quasi Kreisverkehr und dann da rum? Mhm. Also beim Kreisverkehr sind wir halt schon nah an den 500 Meter... Okay, ne, das sind schon ein bisschen mehr, aber ich glaub, wenn wir da ein bisschen pushen, kommen wir, glaub ich, relativ schnell dahin. Ja, das stimmt. Weil wenn du halt die Mitte abfährst, hast du halt ziemlich einen Hakelweg. Und das sind ja auch so Scheunen und so, wenn sie dich da reindrücken können, die dich halt prinzipiell festsetzen. Und vielleicht haben wir ja auch Glück und die schieben mich da die Auffahrt runter. Ja. Ne, ich würd tatsächlich sagen, wir fahren da durch und dann mittlerer Kreisverkehr runter, links und dann nochmal links und dann Gutes. Ja, würd ich auch. Und dann einfach durchpacen. Dann, äh, wo fahren wir ab? Äh, hier wo wir jetzt stehen? Äh, oder? Ja, doch, ja, müssen wir ja eigentlich fast... Ja, macht doch meistens Sinn. Dann stell du dich doch einfach schon mal so ein bisschen auf und dann... Ah, du stehst schon. Perfekt. Ja, ich steh schon, aber halt rechts am Rand. Ja, es passt schon. Matt, ich steh mich noch mit dem, äh, Sex vor Andi, weil meine ist schon. Dann geh ich wieder mit davor. Dann geh ich wieder so mit davor. Das Kartonenfutter. Okay. Ja, wunderbar. Dann, äh, geht's gleich los. Das war das Briefing zur zweiten Stage der zweiten Runde und dann gucken wir mal, ob wir da auch wieder sehr gut durchkommen. Komm, das ist schon wasch. Ja, dann, wir sind auch bereit. Das können wir uns sparen. Und, äh, da geht's auch schon los. Also, ich muss schon sagen, ich fühle mich richtig männlich hier so in dieser Gruppe. Alle? So lauter Cops hier. Richtig harte Ganoven. Wir fahren die geile Merkel hier durch die britische Kolonien. Alles klar, Sarah. Ich fahr jetzt auf der Hoffnung dieser Dreieckshaltung. Mit der Raute, mit der Brühe. Naja. Mein Donut liegt auch schon im Fußraum. Ich dachte, Alter, was kommt jetzt für ein Racer schon da um die Ecke? Das ist der Truck. Ey, beziehungsweise der Truck, Traktor. Das neue Auto Pass, der Traktor. Ja, ich würd, ich würd, mich würds nicht wundern, wenn sie tatsächlich das, äh, mal auch machen würden, dass man die fahren kann. Also, ihr könnt schon ein bisschen schneller, glaub ich, weil die Limo hat grad die Speed drauf. Und, da wir eh schnell durchpacen wollen, jeden Meter, den wir jetzt ohne Kampf fahren müssen, ist schon mal ein gewonnener Kampf. Okay, jetzt fahren wir aber grad weg. Ja. Da steht jemand. Jetzt nicht mehr. Das war der Scout aber, oder? Ja. Evo. Jetzt steht der da jedenfalls nicht mehr. Es ist eh schon kaputt, ich fahr jetzt mal voraus. Wenn ihr noch ein bisschen die Schläge macht, fang ich ab. Evo ist durchgekommen. Ja, ich seh, ich seh den Dings. Wo? Wer kommt jetzt von links? Äh, links von der Limo. Also, wenn ich links sag, dann mein ich immer von der Limo aus gesehen. Oder immer in Fahrtrichtung. Jetzt von rechts. Ey, der hat auch diese komische Tarnfarbe. Was ist bei dem los? Ein wichtiger Ray, äh, immer im Offrock-Bereich da rum. Hä? Ja, so richtig. Denkst du noch am Kreis? Denkst du noch am Kreis? Denkst du noch am Kreis? Der schiebt mich weg. Das ist gerade mein Problem. Ja. Wie kann der Evo so viel Kraft haben? Wo? Den hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Der hat aber nicht viel gemacht. Nee, nee. Ja, du musst sie richtig frontal haben. Aber denk dran, der Tunnel war richtig gefährlich. Haben wir ja gehört. Da müssen wir dich jetzt echt schnell durchbringen. Der kommt. Der kommt. Ja, ich merk's. Ich fahr mal ein bisschen vor als Cayenne. Fuck, sorry. Versuch den grad. Weil der versucht dich hundertpro gegen die Wand zu drücken. Ja, was soll der machen? Fahr daneben. Lieber sind wir an der Wand. Lieber sind wir an der Wand. Lieber sind wir an der Wand wie die Limo. Ich versuch mal jetzt daneben zu bleiben. Ich schieb ihn weg eine Kante vielleicht. Nee, doch nicht. Doch. Von vorne ist clear. Ah ne, das ist okay. Das ist ein anderer Spieler. Versuch jetzt einfach parallel zu bleiben, dass sich niemand da gegen die Wand drückt. Versuch nochmal M4 genau. Bleib einfach mal neben der Limo, dass dann eher wir den Schaden kriegen im Tunnel anstatt die Limo. Hier ist auf der anderen Tunnelseite. Pass auf, vorne, wenn du jetzt aus dem Tunnel gleich rauskommst, von rechts kommt der M3 zu. Okay. Weil der ist die andere Tunnelseite entlang gefahren. Bremst wahrscheinlich ab. Ja, bremst ab und stellt sich quer. Soll er kommen? Das passt bis jetzt ganz gut. Die anderen sind noch gar nicht da von denen. Yo, der eine S6 ghostet hier gerade. Doch, links ist ein Raptor hinter uns jetzt. Achtung, der Raptor kommt von hinten. Ich hab ihn gesehen. Ja, okay. Moment. Moment. Aufpass. Der Raptor ist defensiv unterwegs. Ja, nicht zu defensiv. Welche Ausfahrt nehmen wir jetzt? Äh, Kreisverkehr. Wir fahren Kreisverkehr. Aber das ist nicht was so. Klar, nein. Kreisverkehr hab ich gerade nachgeguckt. Ich hab mich gerade so erschrocken, dass da der Ultima durchgeschossen ist. Kreisverkehr sind wir so ungefähr 700 Meter zu Haus im Fernsehen. Das sieht so lustig aus. Er tanzt so um die Limo rum. Der Raptor hat den Ego weggeschossen. Der Raptor hat den Ego weggeschossen. Der Raptor hat den Ego geschossen. Pass auf. Jo. Da ist ein R8. Das ist auch da. Ja. Das ist die Limo. Hinten. Der Raptor ist auf der neuen Straßenseite. Ja. Wart mal. Warum ist da keiner bei dir? Ach, der stimmt irgendwie. Ja, weil ich gerade mit meinem Karriere nicht durch die Leitland gekommen bin. Ja, auch nicht. Ja. Irgendwie hilflos bei dir. Sorry. Ja, wir müssen jetzt. Mal, ich räume mal kurz den Scout weg. Oder den Raptor ist, glaube ich, was wichtig. Ich kümmere mich um den Raptor. Bremse mal aus, den Raptor. Ah, das soll jetzt okay. Ich verstehe. Raptor habe ich. Scout ist links. Ah, da ist er grad voll schnell. Ich komme nicht hinterher. Ich kümmere mich jetzt nur noch um den Raptor. Ich habe gerade von meinen eigenen Cops gesehen. Ich helfe dir beim Raptor. Ich helfe dir beim Raptor. Ich helfe dir beim Raptor. Jetzt hier abbiegen, wenn es irgendwie geht. Ja, ich versuch's. Ja, ja, ist das Problem. Dankeschön. Der Raptor kommt jetzt wieder aus der Hecke raus. Das geht schlecht. Ja, mit seinem scheiß Allrad, ey. Ich versuche ihn grad mal wegzudrücken irgendwie. Oh, ich habe keine Beine. Ja, ich komme schon. Jetzt brauche ich Hilfe. Irgendwie kriegt der R8 doch keinen Schaden. Zu reinfahren, wie du bist, wird nicht langsamer. Ja, du musst halt ins Heck fahren. Sonst bringt es nichts. Ich mache jetzt meinen Raptor da weg. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe schon öfter gehört. Wir müssen... Ja, das Problem ist, ich wurde immer von den eigenen ein bisschen aufgehalten. Der Raptor ist ghosted. Ich habe jetzt gerade eine andere... Das ist R8. Ich habe jetzt erstmal die Limo ein bisschen befreit. Oder zumindest mal versucht. Das Problem ist, ich krieg... Also zwei Cayennes kümmern sich jetzt einfach mal um den Raptor. Komm, der eine Cayenne, der da ist, kümmert sich um den Raptor. Der andere Cayenne kümmert sich mal um den Scout. Ich bin schon im Scout vorne dran. Okay, Raptor und Scout, die hangen weit aufeinander her. Also das Problem ist... Wo ist der Scout? Nicht. Wo ist der Scout? Ja, ist ein See 500 Meter. Steck quer. Steck quer hier auf der Straße. Die haben eh abgebrochen, die haben eh abgebrochen. Achso, okay, gut. Die da hinten haben abgebrochen. Ich möchte anmerken, dass die Racer nur noch zu zweit sind. Warum ist einer gegangen, oder was? Ja. Ah, wow. Wieder halb zehn. Aber so? Nee, ich habe keinen Brauch mehr. Tschüss. Egal, jetzt aber nicht mehr kaputt fahren, Leute. Alter, ich habe hundert Prozent Reifen überall. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch ziemlich am Arsch, ey. Ich habe 70 Motor. Fahr wie auf Eis so ein bisschen. Äh, wer da da vorne... Welcher Cayenne machen hier so Schlaglinien, Mann? Ich sag gerade noch, bitte jetzt nicht weiter Schaden machen, oder machst du sowas? Was? Oh, Mann. Die letzte Runde wird spannend. Ich habe 65 Motor. Was? So viel? Ich habe mich verschalten, ein paar. Oh, nein. Mann, Andi! Ja, tut mir leid. Das war wirklich keine Absicht. Aber die Limo klang halt so, äh... Und dann denke ich mir, okay, gehst du mal in den ersten und in den zweiten. Und dann fannst du 50 Motor. Scheiße. Naja, gut. Egal. Ähm, gut. Dann gibt es jetzt gleich die zweite Runde. Äh, dritte. Letztes Briefing. Und es geht zum schönen Leg Lodge. Und Andi hat sich wieder die Todestaktik überlegt. Ja. Wir fahren nach Osten raus, fahren nach rechts, fahren dann wieder nach rechts. Also quasi entgegen der Autobahnauffahrt, fahren zur Seestraße rüber und dann nach oben und links rüber. Also auf die Verbindungsstraße drauf und dann ruhig oder wie? Genau, okay. Und dann setze ich die Route gerade mal kurz ein bisschen anders, dass der... Komm, gib mir die Route doch hier. Geil. Wer immer mich oben lang schickt. Wir setzen den Racer-Spawn noch ein bisschen weiter nach oben, bis dein Team gewinnt, ne? So. Ähm, nee, ich habe den eigentlich in die Mitte gesetzt, den Racer-Spawn. Das ist der Racer-Spawn hier, die grüne Route. Ja, ja. Alles gut. Ähm... Gut, okay. Ja, kurz zur... Also Andi hat über 60 Prozent, deswegen haben wir nicht so viele Reparaturpunkte bekommen. Wir haben aber ja welche uns aufgespart. Dementsprechend haben wir jetzt einfach mal die komplette Kolonne neu reparieren lassen. Außer welch. Außer welch. Außer die Limo, ja. Äh, die ziemlich kaputt ist. Deswegen, das wird glaube ich schon eine gute Schleichfahrt. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Gut. Dann, äh, ja. Geht's gleich los. Letzte Runde. Und ich wünsche schon mal jetzt viel Spaß. Und da geht's los. Letztes Mal hier. Gucken wir mal, ob wir's schaffen. Ja. Stau. Nee, es geht nicht los. Da werden auch Donuts gegessen. Es fährt. Ja, es rollt. Viel mehr. Nächster Gelegenheit. Es gleit. Ja, äh, gerade zwischen den Besprechungen und dazwischen Cut hat mich Eragos, der ja bei den Racern ist, ähm, gefragt, ob wir jetzt die Taktik fahren, die Limo zu schieben. Aber das habe ich ja gerade vorher schon gesagt, dass ich eigentlich die Limo, wenn dann nur irgendwo rausschiebe, so wie ich das vorher beim Kreisverkehr gemacht habe. Ansonsten das Anschieben finde ich jetzt persönlich, ja, weiß nicht. Irgendwie sollte es die Limo schon aus der eigenen Kraft schaffen. Ja. Fände es sonst ein bisschen so, so okay. Im Endeffekt hast du es ja sonst dann auch nicht, dass du auf einmal so ein Dicker hinten drauf schießt, wenn du nicht mehr fahren kannst. Naja, eben. Weil dann fliegt der VIP vorne aus der Windschutzscheibe raus. Ja, links steht schon einer. Ah, ja. Stimmt, ganz unauffällig im Feld. Ja, schon, ey. Hättest du nichts gesagt, wer hätte es mir nicht mehr aufgefallen? Ist das ein Kilometer? Okay, er fährt los. Warte mal, Andy fahr mal rechts, dann gehe ich links als Blockade. Ja, gut, der wird jetzt erstmal lange nichts machen, bis die anderen da sind. Ja. Ich meine, gut, wir könnten, er ist jetzt ziemlich nah, jetzt könnten wir, naja, gut, das bringt aber nicht. Sobald er ins Offroad abdriftet, können wir ihn nicht. Ihr solltet auch nicht alle auf ihn schauen. Ich habe schon den zweiten gesehen, der gegen den NPC gefahren ist. Ja, wie schnell sind wir die ganze Zeit hier? Vorne rechts raus. Ja. Der skottiert jetzt mit. Ja, der guckt ein bisschen zu, schaulustiger. Wer sieht ihn nicht, er tarnt sich zu gut. Ich find's echt lustig. Der ist jetzt auf der Straße, der bleibt hinter uns defensiv. Ja, die R6 oder die 2M4 ganz hinten, die könnten ja schon mal ein bisschen Demi gegen den machen. Wenn er eh auf der Straße ist, können wir ja, oder? Ne, mach mal nix, mach noch nix. Eben, er hat noch nix gemacht. Er hat noch nix gemacht. Ja gut, doch, er ist auf unserer Straße. Eben, und er ist uns gerade sehr lange nebenher gefahren. Ja, also. Jetzt, wenn er offroad ist, kann's erstmal, macht's jetzt keinen Sinn, ihn Coaster. Das ist schon Vollgas, Andi. Von hinten kommt was schnell, da hat es aber keiner von uns. Ist geghostet. Ja, ist keiner von uns. Der hilft uns. Schaulustiger. Wenn du dir sofort Herzrasen kriegst, dann schreit, dass hinten kommt was schnell ist. Ja, ja, natürlich. Da war ich jetzt. Von vorne kommt auch was schnelles drüber geschossen. Ist von vorne? Ja, von vorne. Ja, da kommt der Raptor. Ja, der Raptor. Mach den mal fertig. Irgendwie mag der nicht. Ja, ist nicht so einfach den fertig zu machen, aber... Aber die haben alle noch nicht angegriffen. Boah, Leute. Boah. Wow. Ja, macht nicht so weh. Ja, die... Ja gut. Wenn sie da sind, dann... Ich weiß nicht, die warten glaube ich jetzt auf alle, die wollen nicht angreifen. Setz mal den einfach fest. Leute, Leute, ach so ein bisschen auf Andi. Nicht einfach links rechts fahren. Schön, dass ihr lenken könnt, aber... Okay, der Mitsubishi greift an. Ach du, von hinten kommt was. Was weiß ist der... Ja, die greift jetzt an. Die greift jetzt an. Ja, die Raptor ist auch hinter mir. Raptor ist offroad rechts. Alter. Gut, also. Zwei Cayennes. Zwei Cayennes auf den Raptor. Ein Cayenne auf den Mitsubishi. Ich geh auf den Mitsubishi. Die anderen bitte auf den Raptor. Was ist mit dem R8? Den R8 übernehmen die R6. Weil die bisschen schneller sind. Kann man doch gerne vorführen. Was macht ihr da unten gerade? Sammelt den Nissel? Ja, hol. Hilf den Raptor. Ja, wow. Ja, gut. Andi zieh einfach bis zur Straße durch. Ja, muss ich. Bleib da links. Gut. Nein, 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 nein. Der Raptor ist vorgegen Baum. Oh, scheiße. Bist du der Straße? Ja. Der Raptor ist vorgegen Baum. Klatscht. So, ich kümmere mich jetzt um den. Um den. Evo. Wo ist der Raptor? Okay, der Raptor ist despawned. Der ist so schnell, ey. Ich komm fast nicht mehr her. Was ist jetzt so gut? Äh. Fahr einfach weiter geradeaus. Ja. Sehr gut Maschel. Ja, doch. Muss sein. Weiter geradeaus fahren einfach. Ja. Nicht links. Der war jetzt dann nach rechts. Ne, ne. Geradeaus. Hä? Wie geradeaus? Doch, doch. Fahr geradeaus. Glaub mir. Okay. Glaub mir. Und jetzt vorne rechts dann. Oh, Mann. Wie jetzt ghostet der. Jetzt gerade wo ich ihn wegschieben will. Ich versuche halt nah an Andi ranzugehen und den Audi. Wie so ghostet der jetzt? Okay, der Audi. Nein, ich will dich nicht rammen. Hier rechts. Andi, hier rechts. Ja, das weiß ich doch. Ja, ne. Du hast gerade jetzt vorher gesagt rechts. Du wolltest. Ist egal. Fahr durch einfach. Nicht stehen bleiben. Mann. Guck auf den R8, der links ist. Ja, aber das ist doch egal. Kannst du hier jetzt nicht blockieren. Der R8 soll kann, der macht hier nichts. Guck mal. Der guckt nur zu. Mit so ein bisschen von links. Ja, blockier einfach mal ein bisschen genau. Einfach, dass die nicht rankommen. Der wie wendig ist. Guck mal, der R8 schiebt dich an. So geil. Lass ihn weiter anschieben. Dann können wir nicht sagen, dass wir angeschoben haben. Das hat er selber gemacht. Dann habe ich nichts dagegen. Keiner weiner macht. Hättest du nicht gedacht, dass du nochmal so schnell wirst. Ne. 150, Alter. Ja, ich sehe es. Der R8 ist auch wieder auf der Straße. Oh mein Gott. Alter, was war das, Alter. Der R8 ist ja aufhärmt. Der R8 ist ja aufhärmt, die Leute so von der Strecke zu gehen. Warte, ich fahr mal vor dich. Nicht, dass da gleich der Raptor von vorne kommt. Ich fahr auf der R8. Audi von innen. Hat jemand nicht Kontakt zum Raptor? Ne. Alter, ich kann den Audi nicht wegschieben. Was ist das? Weil der Allrad hat. Weil ich habe ziemlich viel. Ich habe keinen Modorschaden. Okay. Das ist ja nicht interessant. Aber alles andere. Ich glaube Errakos wird damit signalisieren, dass er raus ist. Oh wow. Der leckt rum, der Audi. Ja, der leckt richtig. Ich kriege ihn nicht. Ja gut, Errakos ist halt ziemlich aktiv gecrasht. Ich glaube, der ist ziemlich broke. Okay, der Audi. Jetzt leckt er nicht mehr. Jetzt leckt er nicht mehr. Das geht wieder. Versuche ihn irgendwie fernzuhalten. Ja, wie gesagt, die R6 kümmern sich mal um den Audi. Wie kann der mich schieben? Ich drück voll auf die Bremse. Ja, der Audi ist ein bisschen... Äh nein, der Audi ist in einer anderen Physikwelt gefühlt. Kannst du nicht kommen. Sorry, aber der Audi ist echt nicht mehr... Kannst du machen, was du willst. Ich stand voll auf der Bremse, der konnte mich einfach schieben. Wow, 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 wow. Ich werde dem Audi weggedrückt. Ja, vergesst das mit dem Audi. Gegen den kannst du nix machen. Doch, gegen den Baum schieben. Ich kann den Mini wegdrücken. Fuck. Ich kann sie ja gar nicht mehr wegschieben. Doch, ich hab den gerade gegen den Baum geschoben. Äh, hier links. Sorry. Dein Internet überträgt nur Positionen, nicht für sich. Äh, was ist mit dem Raptor passiert? Der ist Nierkensmeer, ne? Ja, ich hab den ja irgendwie halb fixiert. User in your channel is recording. Der erste Mal Sichtkontakt zum Raptor war Pause-Menü. Leute, äh, ich krieg grad rein, bei uns leckt Andi. Wie geht's da bei euch aus? Oder... Ja, ihr leckt bei uns alle. Andi leckt bei mir nicht. Also, wenn der Audi sich beschwert, der ist ja der mit der schlechten Leitung. Ja, das ist richtig. Ah, da weiß ich Bescheid. Dann schreibe ich den zusammen jetzt, okay? Mach das. Ja, vor allem. Andi leckt auch nicht. Ne, ne, ne. Es ist wirklich der, der R8, der leckt. Der kommt wieder von hinten. Ja, wir sind jetzt eh, glaube ich, 500 Meter sind schon da. Ja. Gut, das war ja easy. Gott sei Dank, Alter. Wir haben das jetzt nicht geschafft. Es war aber auch gutes Teamwork. Also, hier und da, klar, fährt man sich halt die Karre. Das geht nicht anders. Das ist Kontaktsport. Das, genau, eben. Wir sind halt sehr, sehr eingeschworene Truppe. Wir haben uns alle gern. Wir fassen uns auch mal an. Das ist so. Ihr wolltet alle Merkel betatschen. Und unterm Strich haben wir es geschafft. Und hätte Andi wahrscheinlich den Verschalter nicht gehabt, dann wäre die Limo sogar ziemlich gut durchgekommen. Gut, das soll es gewesen sein mit dieser VIP-Ausgabe. Ich denke, wir haben noch mal ein paar Sachen gesehen, die wir auch noch mal ein bisschen verbessern können, die wir noch mal ein bisschen überarbeiten können. Das hat sich jetzt hier doch ein bisschen gezogen. Schreibt bitte, bitte gerne in die Kommentare, ob ihr diese Briefings weiter drin haben wollt, diese Taktikbesprechung, oder ob ihr da nur eine kurze Zusammenfassung wollt, damit sich das alles nicht so zieht. Das werden wir nur kurz sagen. Ja, hier, das, hier nach da geht's. Das ist unsere Taktik. Und es geht los. Das einfach mal schreiben. Oder ob ihr sagt, nee, ihr wolltet die komplette Besprechung drin haben. Weil, klar, das zieht sich halt bei fast sechs Stages oder fünf bis sechs Stages zieht sich das schon ein bisschen. Deswegen gerne, gerne Feedback da lassen. Das ist sehr wichtig. Ich lese mir das wieder sehr gerne durch und dementsprechend lasst uns doch gemeinsam dieses Format zu einem richtig geilen Format entwickeln. Die erste Ausgabe war geil. Die zweite war, glaube ich, auch relativ geil. Wie gesagt, das ist erstes zweite Mal, dass wir das gebracht haben, hier auf YouTube. Deswegen, wenn hier noch Fehler sind oder hier und da sich was, ja, nicht so ganz perfekt angefühlt hat, dann verzeiht es bitte. Dann lass doch einfach konstruktive Kritik da, gutes Feedback da und dann können wir weiterhin richtig was daraus machen. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich alle, die dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal hier in einer Multiplayer-Ausgabe in Horizon 4. Bis dann. Tschaui. Tschüss. Tschaui. Tschaui. Tschaui.